ja die GmbH ein paar alter aber auch nicht geboostet auch noch mal st bei der Nacht und wenn die woher nicht um in der Angelegenheit ist das und wieder nicht Nein! Waaaaaannnnn! Komm, komm, komm! Ah, wo bist denn du? Bist schon wieder gestorben? Alter, geil! Jetzt hat der Creeper da unten alles gesprengt! Ernsthaft? Ich sei nicht bei euch einfach an! ITEMS! Nnnn, nein! Verdammt! Ich dachte, ich kann die Items noch vorher einsammeln! ITEMS! Oh, verdammt! Ich hätt's ja fast gehabt! Oh mein Gott, er ist an der Leiter! Ich versteh das nicht! Ich komm da an der Leiter einfach nicht ran! Ich rutsch immer runter! So, seitlich, seitlich! Also, ich häng kurz dran und dann fällt da runter! Du hast den ersten Spruch verkackt! Waaah! Ich hab vier Pfeile und ein Knochen! Gleich mal Knochenmehl machen! Wie bleib ich denn da so an der Leiter hängen? Mit SHIFT, oder? Ja! Warum bleibt er bei mir kurz hängen und fällt dann runter? Weiß ich nicht! Die SHIFT! Na, wenn ich jetzt da bei der Leiter am Ecksprung zum Beispiel... Da spring ich rum, drück SHIFT, bleibt kurz hängen und rutsch runter! Tut er ja auch nicht SHIFT! Du, Cheater! Nein! Schilder mal! Ich zeig dir was! Geh weg! Verdammt! Falsche Erde! Okay! Oh! Wie falsche Erde! Chill, chill! Wirst schon sehen! Was ist denn sonst noch für Erde? Grasblock! Oh! Keine Absicht! Oh! Oh! Wusstet ihr, dass man mit der mittleren Maustaste zum Beispiel hier einen Holzblock kriegen kann? Ja, das habe ich erstmal überhaupt nicht gescheckt, wie das geht! Guck mal krass! 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 Blumen! 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 Oh! Jetzt bin ich glücklich! Wie? Jetzt krieg ich Holz? Alter! Wenn du ein Creative bist und nenn eine mittlere Maustaste darauf! Ich krieg nichts! Du musst eine mittlere Maustaste auf das Holz hier! Achso! Ah! Ist ja geil! Krass, ne? Kriegst du es auch wenn ich bei Erde? Oh! Jetzt sag ich krass, Junge! Das ist toll, oder? Oh! Das ist eine geile Blume! Guck mal! Ich habe wieder unsere Lieblingsblume dabei! Oh! Wie in Minecraft! Ich habe noch Pfeile! Was soll ich mit Pfeilen? Hast du gerade unsere Blume weggeworfen?! Nein! Hier! Oh! Zu spät! Ich habe nur Gras weggeworfen! So! Mit der Blume schaffe ich jetzt! Komm mal! Komm mal! Mist! Okay! Los! Springen! Springen du da! Nein! Ich will was probieren! Kann ich mich pusten, oder was? Nein! So! Wehe! Er spawned jetzt da! Also Fittash! Oh! 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 Das war noch da! Mehr Gras! Nein! Nein! Was bist du denn für ein asoziales Menschenkind?! Nein! Ich habe die Blume der Macht! Aber ich habe die Faust der Macht! Ich habe die auch! Hier! Gib dir Seide! Ich habe die Erde! Ich habe die Erde gut! Die braucht dich! Willi mach doch mal hin! Ah da! Nee! Du musst mal sterben! Nein! Ich habe mich so zu machen! Ich habe mal einen Erdblock! Ich habe ihn hier auch gefunden! Oh! Ich kann schummeln! Mit einem Erdblock! Cool! ... Oh! Ouu! Cheater! Hey! Den Erdblock habe ich wohlverdient erobert! Leu, ich bin hier unten gespawnt! Danke schön! Ich bin hier unten gespawnt! Ich bin hier unten gespawnt! Ich bin so guuut! Ey, kurz, warte mal. So, sterb einfach mal. Gib mal einen Kill. Gib mal Slashkill ein. Spawnst du immer noch da unten? Ich spawn jetzt auch beim Holz. Warte, ich kippe dich. So, anwinkeln. Und den hab ich. Oh, schön. Man verliert ja jetzt auch Essen, das ist ja kacke. Und den jetzt anwinkeln und dann... Ich will schlafen. Ihr Schweine! Ihr habt Kenny getötet. Es wird doch Nacht, oder wird es grad hell? Hey, gib einfach Time Set Night ein. Junge, Junge. Oh, nein. Chris, ich bin weiter als du. Guck mal, huhu. Krzykowski. Oh, ich könnte abbauen. Oh, jetzt ist es dunkel. Chris, komm mal. Komm mal, hallo. Wie bist du denn jetzt da an der Leiter hängen geblieben? Indem ich raufgesprungen bin und hochgeklettert. Also kein Schiff? Äh, nur um drauf zu bleiben. Also, ich bin erstmal hochgeklettert. Huiiii. Oh. Und dann hast du Schiff, also nachdem du hochgeklettert bist? Ja. Pack den Sprung. Oh. Oh. Junge. 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 Komm mal her, Chris. Huhu. Hallo. Chris. Kuckuck. Vielleicht hinspring und dich runterschlagen. Das schaffst du nicht. Challenge Accept. Was für ein Vollidiot. Haha, ist das so geil. Ey, Willi. Da ist ein Loch in der Plattform, die ich selbst gebaut hab. Er macht so Challenge Accept und fällt genau in das eine Loch rein. Hahahaha. So ein kleiner Vollidiot. Da komm ich runter. No later this time. Oh my god. Oh my god. Oh my god. No. I will nicht mehr. Okay. Chris, wo bist du? Alter. Ich bin immer noch hier. Oh. Oh. Geschafft. Geschafft. Oh. Das war grad so ein Moment der Concentration. Oh. Klein. Homos. Ich bin weiter. Yay. Oh ne. Zäune. Ich mag ja Zäune, aber keine Sprünge mit Zäunen. Oh. Ah. Ah. Oh. Komm schon. Ah. Alter. Oh. Komm schon. Cheater. Ich bin ein Cheater. Willi ist ein Cheater. Wieso? Weil er nicht weiterkommt? Ach. Schon wieder geschafft. Alter. Ich häng euch beide so kacke ab ey. Mann. Warum hast du den jetzt den Sprung nicht geschafft? Deine Sprüge. Nein. Warte auf mich. Niemals. Niemals Johnny. Oh. Verdammt. Ich hab ihn Johnny genannt. Ich hab ihn Johnny genannt. Ich hab ihn Johnny genannt. Ah fuck. Nein. Nein. Oh. Ich dachte ich hab mich ins Bett gelegt. Oh. Das ist ja zu dumm. Ich bin grad auf ne andere Plattformen gefallen mit Betten und ich hab Restklick aufm Bett gemacht. Ist ja ein bisschen dumm gewesen. Oh. Oh. Warte mal. Komm 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 komm. Oh. Okay. Okay. Alles super. Kowski Babydoll. Oh. Oh. Okay. Okay. So rüber. Rüber. Oh fuck. Okay. Nein. Nicht wieder da runterfallen. Das war dumm. Oh. Jetzt. Jetzt. Hebser und Hebser. Und ich hab da runterfallen. Dumm. 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 Okay. Oh Chris kommt da nicht weiter. Oh. Und Willi kommt noch mal an der Mauer vorbei. In der Wand. Näh an der Wand. Whooh. Mhh. Mhh. Halt die Klammer. Die Fresse, Willi. Was ist meganisch zu sagen, Junge? Junge, verliegte Mungo. Ich bin nicht gesprungen. Okay, gespringt. Jetzt habe ich es. Dieser eine Sprung. Ich grüß, das war jetzt pädophil. Ein, das, 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 das. Ja. Hier. Nein. Boah. Und hepp darauf und hepp darauf. Und hepp. Und jetzt, 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 nein. Pff. Das hat sich so episch angehört. Jetzt, 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 nein. So richtig wie so ein kleines pädophiles Mädchen. Also wenn jetzt ein Mädchen zuschaut, das pädophil ist, Willi ist es auch. Ihr seid jetzt Freunde. Und ihr müsst verstehen, Willi ist sechs. Meine Eltern haben gesagt, ihr ist sieben. Im Kopf ist aber drei. Was haben meine Eltern gesagt? Scheiße. Ihr müsst nämlich verstehen, Willi benutzt immer einen Stimmverzerrer. Verzerrer. Deswegen hört er sich manchmal so etwas älter an. Das ist, also was, was sich komisch anhört, ist Willi im Original. Ja, das wollt ihr nicht sehen. Ihr müsst ja verstehen, Willi ist Leon, sein Bruder. Und deswegen müssen wir mit ihm aufnehmen. Wir werden gezwungen. Mein Name ist Dieter. Klappe, Klaus. Ja, Mann, ich... Oh, danke. Lass mich, Daniel. Danke. Wer ist denn hier Daniel? Er ist keiner Daniel. Du. Er ist nicht Daniel. Ey, Willi, wir haben gerade beide Gleise, wie du gesagt. Oh. Was? Nein, Willi ist ja erst sechs. Und ein Pädo. Das wäre geil. Sechs und ein Pädo, wie soll denn mit dir hin? Nein, wenn du auf Dreijährige stehst. Ich fange mir immer dir. Dich. Halt die Klappe, lass mich in Deutsch schon rum. Ja, und du bist Deutsch-Spielkurs, hallo. Ja, Willi auch, ja. Före dir den mal an. Ey, okay. Das ist immer nicht. Alter, Alter, die ist so beschossen. Ey, okay, der ne Homo, Junge. Der ne Homo. Willi, mach Regen aus. Willi ist unser Regenmann. Gleich, gleich. So, okay. Ah, du gelöser. Mein Gott, wie soll man den Kack-Sprungen denn schossen? Lass, 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 lass. Komm, jetzt verkack ich schon bei jedem. No, ich hätte den Block fast abgebrochen. Kennst du das auch? Wenn ihr irgendwas lange macht, dann verkackt die schon beim Anfang. Ja. Bei der Mauer. Ja, aber die Mauer, den ersten Eck-Sprung, den schaffe ich ja noch. Oder den zweiten. Ja, ja, ja. Ich muss jetzt mal das Springen. Oh, so, nein, ja. Oh, jetzt, 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 zurück, jetzt, zurück. Okay, ich kann den erst mal. Da, okay, jetzt, der wieder. Jump. Jump, jump, jump. Oh, Chris ist von Spinni getötet worden. Yay, Erde. Ach, die spinnen immer noch Schlage, kurz bevor ich sterbe. Ach, ich bin ja gar Gangster hier. Ja. So. Da hat mir die Falte doch mal was gebracht. Yay, yay. Wenn ich an die Umtreten noch besser mache. Wah. Warte, ich will nicht zuklappen. Nee, ich bin überspr... Hopp und hopp und hopp und hopp und hopp. Und hopp. Ich werde dir hier nie überspringen. Das machen geht's ja nicht. Schön, wenn du dich. Ich will nicht hier 100% die alles schaffen. Nein. Ey, komm schon. Arschloch. Was denn? Ja, fick dich, ey. Ah, du musst noch einmal zurück, Willy. Du hast jetzt einen Jump übersprungen. Ich dachte, du wolltest zu 100% machen. Weil Willy sei eh gesturmen, weil ich gerade gesprungen bin und mich nicht irgendwie teleportiert. Oh, das wollte ich gar nicht. Nein. Warte, warte, warte. Alter, lass mich jetzt noch. Pick dich. Aber warum willst du nach vorne, Willy? Alter, lass den Scheiß jetzt. Oh, Willy schon wieder gestorben. Komm, Willy, spring extra für dich zurück, dann kannst du da spawnen. Also, wir sind bald wahrscheinlich mit der Map durch und Willy hängt immer noch bei der Wand. Ich bin noch lange nicht durch. Wie war dein Event durch? Ich bin viel weiter als du. Drei Sachen weiter. Drei Sachen? Ja. Glaube ich ja nicht. Bin ich. Musst du gucken. Verdammt, daneben. Du bist wohl. Danke, Willy, jetzt habe ich ein Ohr, wo du Arsch. Ja. Willy ist gerade voll Asi. Hau. Ich bin immer fröhlich. Nein. Doch, bin ich heik. Hä, wo bist du daneben gewesen? Aha, Chris. Mal gucken, wo du hier bist. So geht es ja mal nicht. Oh, du hättest mich wenigstens da raufkriegen können. Ja, okay, ich helf dir. Nein, jetzt nicht mehr. So spät. Tschüssi. Schade, ich wollte eigentlich mit einem Fall. Ja, ich habe es gemerkt. Warte, spring rückwärts. Du rückwärts. Nein, gehst du nicht. Dankeschön. Ja. Ich falle gleich runter. Warte, warte, warte. Sag, wenn du fällst. Ich bin... So, so, so. Lol. So, so. Mein Kuss. Mein Kuss. Ich will auch schon gehen. Ich bin nur gespawnt, nachdem du unten aufgeklatscht wirst. Genau. Deswegen solltest du ja Tests teleportieren. Die Spinne will meine Leiche fern.